und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von unserem ls 19 projekte auf der altkirche masers wir sind hier beim toni moretti hier soll es ja eine pete geben oder so und ja schauen wir mal ok bei den happy farmers freut uns dass ihr wieder mit dabei seid ja hier piezelt immer noch in ja wie soll ich sagen katzen hunde egal es regnet jedenfalls und das ist überhaupt nicht schön durch nestzimmer bis auf die socken aber es freut mich 22 über 6 altkirch hat sich eingefunden es freut mich dass ihr meiner einladung so schön gefolgt seid herzlich willkommen danke herzlich willkommen und mal hier wie sagt man immer so schön ooc herzlichen glückwunsch zur hundertsten folge ne ja herzlichen dank genau bei der 101 aber das tut es immer noch so na dann also wie gesagt herzlich willkommen schön dass ihr alle hier seid geschwind ohne roleplay es freut mich dass unheimlich viele hier oder herbert da hinten und ludwig hier bei uns sind macht riesig viel spaß mit euch hier zu spielen und ich hoffe auch noch viele viele weitere tolle folgen mit euch vor allem wenn der LS22 der mal irgendwann mal kommt dass uns immer noch was schönes miteinander einfallen wird und ja riesen dank an euch alle zumindest mal dass ihr so fleißig immer samstags zeit habt und mitmacht und so tatkräftig dabei seid die ich mein hut für euch vielen dank dafür ist nicht selbstverständlich deshalb tapo an euch und freibier gibt hinten im lkw der schrank voll bis oben hin und auch für den kollegen mittelie da gibt es auch ganz unten musst du ein bisschen suchen gibt es auch ein paar whisky und wodka geschichten und so was alles was du magst was ihr mögt und es ist alkoholfreies das musste ganz weit unten graben und auf darf ich mal ganz kurz das wort ergreifen wir vor alle anfangen zu saufen ja genau und zwar habe ich da noch ein paar sachen auf dem herzen und ich weiß jetzt gerade auf der party ist das vielleicht nicht die beste gelegenheit aber es wäre quatsch dann morgen alle zum bürgermeisteramt zu zitieren und zwar es gibt zukünftig ein paar änderungen und zwar eine änderung ist der ronnie moore wird als stellvertretender ich sag mal schrägstrich zweiter bürgermeister bestimmte aufgaben bei uns in der stadt übernehmen wie zum beispiel alles was zum thema umwelt zu tun hat das heißt zwecks umwelt creme und so weiter ist ab sofort nach der ronnie moore zuständig und das gleiche geht für alles was und mit tiere zu tun hat tierschutz und so weiter dann haben wir uns auch schon ein paar kleine schweinereien überlegt jeder hofbesitzer hier in der stadt hat zu seinem hof mindestens im ersten jahr zwei felder zu haben die zu bewirtschaften derjenige das nicht schafft der kriegt sanktion im schalte schon mal den kompost an im folgejahr eigenbesitz genauso wie pachfelder das wichtig wichtig ja ganz klar also es ist ganz einfach so es ist nicht es kann nicht sein dass jemand hier einen hof bewirtschaften möchte und aber nur ein feld bewirtschaftet das geht nicht also es geht ja darum wir wollen ja versuchen hier in der stadt mehr waren zu haben mehr waren zu produzieren produktion zu betreiben und das geht nur wenn wir diese produkte erzeugen das heißt wenn ich einen hof bewirtschaften der meinung bin ich lege mir keine felder zu oder nur eins und ich bewirtschafte das nicht dann ist es unnötig also das heißt ich muss als hof bis zumindest zwei felder im ersten jahr mindestens zwei felder im folgejahr drei felder und wenn ich der forellen zogt habe dann biete ich den hof zum schwarzen schaf zum verkauf an die schillen zusammen gekauft ganz nein 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 es gibt sicherlich ganz kleine ausnahmen wie zum beispiel der forsthof darüber diskutieren dass genug arbeit das ist aber ein ganz anderes thema ich werde grundsätzlich von denjenigen die einen hof bewirtschaften wenn ich landwirtschaft machen dann muss ich landwirtschaft machen dann kann ich nicht einen hof besitzen und kann keine felder bewirtschaften das werden wir zukünftig nicht mehr akzeptieren nein spedition du hast du hast kein hof das was anderes der bio der bio ist ein hof und für dich zählt das ganz klar du hast felder zu bewirtschaften ich sag das auch ganz klar das werden wahrscheinlich alle wissen du hast es nicht getan ich kann mir jetzt schon sagen dafür gibt es definitiv eine sanktion ja aber wie lange hat er den bierhof denn schon wie und du bist auch noch wusste ich ja wir gucken mal wir sehen uns das noch mal genauer an definitiv also wir haben einen definitiv im auge das ist noch nicht alles das nächste thema ist waren hier in altkirch ich hatte das in einer nachricht schon mal reingeschrieben dass es untersagt ist die ersterzeugnisse die wir von den feldern holen hier zu exportieren also die einzige ausnahme ist dass wir selbstverständlich unserer nachbargemeinde helfen das ist das einzige alles andere wird vorrangig beim landhandel angeboten das heißt jetzt nicht dass die vermutlich eine monopolstellung haben oder sonstiges sondern die werden schon versuchen den bestmöglichen preis für euch herauszuschlagen ich habe das mit dem landhandel besprochen und wenn es diesbezüglich keine lösung gibt oder diejenigen sagen wir verkaufen unsere ware nicht an den landhandel es gibt ja immer noch irgendwo der eine hat eine produktion der vielleicht weizen braucht selbstverständlich ist auch legitim dass man an den verkauft aber wir möchten nicht die waren wir möchten das nicht sehen dass die waren weggehen weil dann macht das ganze ja gar keinen sinn der landhandel hätte in der not wenn das preis leistungsverhältnis so nicht stimmt eine b variante dazu muss ich mich aber jetzt nicht äußern aber jetzt noch mal zum stellvertretenden bürgermeister ja meiner meinung nach darf der doch nur agieren wenn richtig gesehen wenn du ausfällt oder kann ja das ist richtig aber es ist so es ist so dass wir diese gesetz einfach nein nein das ist aber so wir wollen schon versuchen sehr viel zu bewirken und wenn du aber wirklich versucht alles alleine zu machen das ist fast gar nicht möglich wir wollen natürlich auch leute unterstützen dass du trifft zum beispiel auch unseren bio bauer der natürlich guckt wie kann ich sage mal grün arbeiten etc und warum soll denn nicht irgendwo unterstützt werden nur ist es so ich habe viele ganz andere aufgaben um die ich mich kümmere kümmere und der ronnie mark der sagt doch mensch das wäre so genau mein ding und warum soll er das nicht übernehmen aber ich sagte komplett mit irgendwelchen normen oder ich muss mich an irgendwas halten dann haue ich um es wird dazu zu diesem geschehen ja erst mal gar keiner gezwungen aber wenn ich freiwillig schon jemand sagte mensch aber mir liegt die umwelt schon sehr am herzen warum soll man nicht gucken dass man irgendwo ein mittel und wege findet zu jemanden zu unterstützen und ich habe wie gesagt noch ganz viele andere sachen nebenbei womit ich mich beschäftige und um aufgaben die ich mit kümmern muss und warum soll man denn nicht ein teil seiner ausgaben abgeben also willst du uns damit jetzt sagen du kommst kannst ein bürger haben kommst du nicht mehr hinterher du bist jetzt schon überfordert noch nicht das läuft noch okay nein das ist aber nur so selbstverständlich könnte ich mich damit auch beschäftigen ich habe denn der merkel brandenburg war auch schon mal kann man sagen war schon mal da und hast du nicht gesehen und ich finde es auch total klasse ich bin auch dafür aber ich habe gesagt mensch ich kümmere mich erst mal andere dinge das stelle ich erst mal hinten an ja und das eilt ja auch noch nicht weil das kann man am ende des jahres immer auch noch schön abschließen sondern hat der ronnie muss ich angeboten und warum soll man das nicht so machen letzten endes wasserwerk eingehen hat mir auch kurz besprochen wasserwerk das wasserwerk ja mit dem kalk und so bisher wieder an euch zurück geht genau das nimmt die stadt das hat mir schon besprochen genau weiß es gar nicht mehr ich habe das gar nicht mehr ganz genau im kopf wie wir verblieben wenn helft mir ja also ihr nehmt übernehmen das quasi wieder das wasserwerk die gemeinde geht wieder zurück ihr verwaltet es und lasst über spedition oder so quasi das beliefern genau was da immer was drin ist und kalk dann künftig dann wieder über uns über landhandel zu beziehen genau genau in der wasserlieferung oder sowas dann gebraucht werden geht es dann entweder über die spedition dann in dem fall genau ja darüber wird er sich auch sehr freuen wie gesagt mir war das thema unter anderem auch das mit diesen waren hier im allgemeinen liegt mir sehr am herzen weil es macht halt keinen sinn waren irgendwo in andere städte oder länder zu schaffen während wir die waren hier selber brauchen und meines wissens nach macht der landhandel schon faire preise also also heißt es wenn ich jetzt weizen ankaufen möchte kann ich das nicht direkt beim nachbarhof machen sondern muss über landhandel ankaufen ja es ist also es gibt ja viele möglichkeiten wenn du jetzt sagst du brauchst weizen selbstständig kannst du zum landhandel gehen wenn du aber weiß zum beispiel der petersen baut auch weizen an warum sollst du nicht fragen können und sagen menschen für sieht es aus machst du mir einen preis zu weizen na klar das legitim und selbstverständlich ist nur nicht von der karte weg verkaufen ja genau das ist das was ganz wichtig ist wenn man die waren weit müssen das heißt wenn sich wirklich keiner findet oder du sagst mensch keine ahnung es gibt aktuell bleiben wir mal bei weizen dann gucken wir nach dem aktuellen tagespreis ich sag mal keine ahnung der höchste preis liegt heute bei 597 euro ohne sagst ja gut kommen das rechnet sich nicht mit anpflanzen ernte und allem drum und dran kosten nutzen arbeitskraft ich muss mindestens 650 haben und der landhandel sagt ja bei mir nicht und du findest keinen anderen dann wird der landhandel die eine b option mitteilen wenn ich jetzt gras zum verkaufen ob das kann ich auch an die kasper verkaufen oder du darfst das musst du am bahnhof verticken so wie sich das gehört es darf grundsätzlich unter den höfen selbstverständlich dürfen die waren gehandelt werden das ist gar keine frage uns ist nur wichtig dass es nicht außerhalb geht und ist halt immer berücksichtigen egal wie ihr das dann macht wo es quasi weiterverarbeitet wird und am ende euch wieder zugutekommen würde in dem fall wenn ihr tiere habt braucht der mischfutter und ihr braucht schweinefutter das brauchen wir natürlich da kaufen für euch die sachen natürlich dann auch an müssen wir ja letztendlich dann an kaufen sonst muss extern an kaufen da wird das mischfutter und schweinefutter am ende des tages wieder teurer die katze beißt sich am ende halt immer den schwanz wenn ich halt immer das teuer stehen möchte und verkauft dann halt in einem der halt immer die meiste bietet kann natürlich schon sein dass am ende des tages dann halt die produkte die er braucht auch teurer werden am ende des tages also ja ich sag mal gesunder menschverstand wir gucken immer zumindest im landhandel wasch immer und zu bestreben dass wir die preise so gut wie möglich für euch machen und wir haben uns auch so verpflichtet wenn wir was ankaufen dass wir grundsätzlich eine grundmenge von circa 100.000 von jedem produkt immer auf lager haben für euch genau also das habe ich mit dem land allerdings auch so besprochen die dürfen nicht anfangen die waren wie wild hier weg zu ballern es gibt immer falls dann doch jemand kommt und sagt ach ich habe aber vergessen und ich brauche denn es was da so und jetzt party oder was ja ich bin fertig also dann würstchen gibt es hinten in der hütte und fleisch legt alles auf dem grill wer sich weg nimmt bitte einfach wieder was draufschmeißen bier und alles hier hinten im großen hänger wo ist wo ist habe ich mir aus welcher hüttet welche hütte wo ist das fleisch hinten rechts da beim grünen hänger drin bei einem kleinen da an der seite gut wie ich komm eine rostbratwurst das lassen wir uns mal feiern oder dann morgen aufwerfen aber ich bin gleich den wüsten da drauf achte dann gut dass ich sie mit kalle telefoniert wegen ja genau unter sechs augen reden ja lass uns mal gerade irgendwo hier wir hatten ja schon mal ein bisschen geschnackt karl heinz und ich könntest du mit ich würde bieten 220 pro 1000 liter dafür ist denn der abfahrer mit umsonst und wir holen den halt selber ab klingt gut schließt euch eventuell mal kurz kurz mit toni der hatte mir 215 geboten er braucht wohl auch noch sich aber dann mit euch einigen euch gesagt habe ansonsten jetzt direkt an euch sich damit euch noch mal kurz schließen will das ja das untereinander eventuell aufteilen wollte ich sagen wir können 50 50 machen mit dem das überbleibt oder so flexibel also wir zwei volle touren wolltest du selber für dich haben und ich würde jetzt anbieten halt die 220 und dann ist er der abfahrer bei der ernte mit kostenlos dabei klingt gut und die restlichen kram habe ich schon mal mit uns aufgenommen die to-do liste das komplette fällt vorbereitet vorbereiten auf elefanten gras sehr schön alles klar denn ich habe noch eins dillen nicht bitte falsch verstehen mir geht es grundsätzlich um diejenigen wo man offensichtlich sieht die haben nicht viel zu tun die aber den ganzen tag durchs dorf fahren alle fünf gerade sein lassen und die bewirtschaften ihre felder nicht wenn ich einen hof machen mit landwirtschaft dann bin ich der meinung dann muss man auch ackerbau betreiben was irgendwo dazugehört das geht jetzt nicht gegen dich du hast mit dem forst genug zu tun schließlich haben wir es mit dem schwarzen schaufelbe schon so geregelt dass wir es mal eine bühne kriegen da kannst du ganz entspannt bleiben ja bei deiner allgemeinen ansage musste ich das aber definitiv so um gottes willen alles gut wenn ich es ist auch richtig so machte da bloß kein kopf wie gesagt es war nicht an dich gerichtet sondern wir wollen natürlich gucken dass wir ein paar andere leute versuchen zu animieren hier vollgas zu geben weil sonst haben wir nichts davon also ja du hast schon genug zu tun sagen dass ich mehr felder nehmen aber wenn das mit dem pellet anläuft klar wird dann noch das eine oder andere feldern mit entsprechendem material dazu kommt nun wir wollen jetzt ja nicht wir wollen ja auch nicht damit die leute unter druck setzen die sagen ja ich könnte auch finanziell mit einem drum und dann ich krieg das hin das wollen wir auch nicht aber es geht darum ich muss ja nicht im heißen bei rumdrehen aber dann hast du da ein hoch der hat halt nichts sage ich mal und das ist nicht akzeptabel unabhängig davon wie lange er es da ist da fällt mir gerade auf wo du elefanten gras sagst wobei da der eine da oben war vorhin am mähen war das mirko ja ja neben dem obsthof irgendwo war der da am wiese man in der eben vorbei gefahren auch war ja da hat er eine kleine wiese stimmt ja ja ich werde mich es gibt da so ein paar ich habe da ein paar im auge ich muss da persönlich vorbeifahren weil ich mir das allgemein ganz genau anschauen will was die treiben wie das vorangeht und so weiter also da muss jetzt auch ganz ehrlich sagen für den bierhof der ist vor ein paar wochen erst hier angekommen ja ich möchte dagegen ja um gottes willen ich möchte dagegen nicht unbedingt was sagen aber ich weiß ja nicht ja und darfst nicht vergessen dass was er da oben hat gemüse und obst sowas ist ganz klar das ist viel aber ich sage mal wenn ich dann das dann muss ich auch ist jetzt nicht der standard landwirtschaftshof ja da seine gewächshäuser ja ist richtig wir wollen trotzdem dazu bewegen dass er noch ein zwei felder dazu nimmt ja klar und das schafft er und wenn es denn dementsprechend in der not dann ist es halt so dann muss halt ein feld des luft der mittel und wege aber das ist ja das kann ja nur so das ziel sein also wie wollen wir sonst die ganzen waren hierher halten jeder möchte irgendwann eine produktion haben jeder möchte seine produktion am laufen haben aber es kommen nicht genug waren an land und wenn wir alle selber nicht beschaffen wir können uns nicht alles aus dem ausland und sage ich mal und das gute ist ja für dich wenn du das umsteigst auf elefantengras auf dem feld das ist einmal ansehen oder wechsel immer weiter muss nur einmal im jahr gehäckselt werden nicht so wie ich das kenne ja ich glaube schon und ähnlich ist es ja nun mit dem klee auch ja das sind dankbare früchte ab und zu ein bisschen dünger vielleicht ein bisschen kalk und dann sind sie fröhlich und davon wird es halt dann nach und nach mehr geben damit ich eben die pellets durch prügeln kann aber ich muss noch mit toni sprechen habt ihr genug sagt gut und düngerauflage ich bin noch gar dazu kam einzukaufen wie gesagt nicht böse nehmen wird sich das ist einmal ein paar ganz bestimmte personen also alles gut muss mal gucken ob ich morgen vielleicht mal studieren zu den schafen fahre weil die emily ist nicht da dann muss ich mich vor allem um die schafen kümmern ja ja wenn bis dann die zuckerrücken geerntet dann kannst du den sogar schon der ersten zuckerrücken geben und die silageballen habt ihr auch schon produziert dann können die ja richtig verwöhnt werden hast du da alles vor ort also trecker mit gart oder so da muss ich mitbringen der traktor steht oben am sägewerk da müsstest du dann kurz runterholen weil ich glaube wir haben ja sonst auch so ein klein mit frontlader so ein john deere glaube ich oder den hat emily immer mit hoch genommen und da müsste da sein ansonsten aber den trecker habe ich halt ganz viel oben um im wald die stümpfe wegzumachen und so ja wir gucken mal wir können morgen früh noch mal quatschen dann aber da der irgendwie hochkommen muss ja eben könnte ich ja gleich ein träger mitnehmen von uns sage ich ja und ich glaube ich weiß nicht ich müsste jetzt mail fragen oder schwarz rumsteht aber das kriegen wir schon hin ja ich sehe zu dass ich morgen früh dann auch eben schnell die ballen schon mal zum hof rüber schaffe ja wir können das morgen quatschen also wenn ich mache ich doch so ein paar sachen ist ja nicht das problem das mal was anderes wenn wir was anderes machen ja muss ich ja eben mit dem anhänger mit dem sonst die paletten durch die gegend fahr da kriege ich auch die ballen drauf ja muss ich ja nur dann mal da lang fahren das ist ja nur nicht der zeitaufwand oder du machst das morgen je nachdem wie du zeit hast ja genau für quatschen mal wunderbar gut ja nicht anders anstellen das fähigen schweißer hat es hat sich ja das war das sind über die hersteller garantie und gras bin ich gerade aber das habe ich mir vorher gekauft der schweinestall der an diesem glückshuhn hof stand der war sowieso leer und ich habe hier mit meinem partner noch nicht erreicht also keine antwort angekommen ab ihm aber der polizist wird bescheid gegeben ist dass ich auch wenn er mich heute noch mal richtig nicht so den schweinerhof reichen dass da ja eh keine tiere vorhanden sind und der bio eigentlich so nix mit tieren zu tun haben will wenn er dann aber doch entscheidet wenn er mal wieder da ist er möchte doch was mit tieren machen kann man da immer noch mal wieder was hin bauen dass der platz ist ja da viel da oben ja das war auch der grund warum ich den vitali diesen platz für seinen speditionen zur verfügung stelle naja ok weil ich habe gestern mit dem bürgermeister gesprochen da er ja normalerweise auch den bauhof leitet wie das ausschaut mit dem stall abreißen und den den hallen abreißen die überflüssig sind und er meinte nur wenn ich eine firma findet die wurde es günstig macht einfach weg damit ok jetzt muss ich mal schauen wenn wenn der günther wieder da ist ob er was mit tieren machen will oder nicht ja ok und wenn er was mit tieren machen will kann kann man immer noch sagen er macht baut da wieder ein stall hin der so klein fast normal moment ja da müssen wir mal gucken ja genau hier haben wir da weiß ja vielleicht auch ganz schön schaffe müssen wir mal gucken weil ja du warst mal dran wegen wegen waschgelegenheit bei mir da oben irgendwo hast du da schon etwas neues hatte ich habe von herrn kunste gelernt eine to do liste zu machen ich schreibe sonst immer wirklich alles auf und jetzt haben wir so eine app und dann schreibe ich mir das jetzt ein solltest du in der 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 zeitnahe kürze da haben vielleicht morgen schon ich telefoniere gleich noch um das klingt sehr gut und kärcher oder was hast du gesagt reichte hin das reicht mir voll und ganz geht ja nur darum dass du der größte dreck da vom wald und sowas wieder runter kommt ja ich dass man meiner kontakt spielen sollte morgen da sein sehr schön alles klar gut das war schon dank der werbung macht für uns ja weil schafe würden sich anbieten weil an meinem biohof oben habe ich auch genügend wiese wo ich das gras dann abnehmen kann wo ich als futter für die schafe nutzen kann die wird sich dann auf alle fälle an das richtige und keine singen so ich ich darf nicht auf den pegel kommen ich muss nachher noch einfach bis ich dann muss ich relativ viel pegel haben aber da hinten steht einer gefällt es gar nicht einfach hinten durch die brücke der kasse drüber laufen kein problem oder nicht so hinten haben ein paar strohballen einfach hier auf den strohballen schlagen warum liegt die stroh denn ja gut dann geht es aber wir brauchen unbedingt förderbahnen das ist alles nichts ja allein für die mist geschichte und für silage und so ist einfach so jetzt sammeln sich alle hier oder was ja die wandern nach unten die coole party ein stylisches hemmte gefällt mir jetzt aber mal was anderes kann eine frage ist jetzt aber gerade überlegt hier wir haben es nur über die lachen lassen kurz runtergehen er hat was auch lassen lassen auch mal irgendwo ja unter vier augen und sonst kann man ja an der pr kann damit ja okay alles gut bei command du hast was dagegen oder hat es angesprochen hast nichts dagegen aber du hast es angesprochen dass das uns eventuell zu viel wird oder ja immerhin aber wir haben ja viel kleinere felder in der gesamten masse her gesagt ist eins wenn du sagst ihr schafft das ihr macht das kriegst du die felder punkt und das ist das ja aber weißt du das ist ja genau was ich eben eben angesprochen habe es gibt vielleicht den einen oder anderen der macht hier eins auch minimalistisch ja und ihr seid diejenigen ane kommen eigentlich können wir doch noch und wir haben doch noch kapazitäten und das ist das was mich tatsächlich auch begeistert und so muss es ja auch sein ich meine wo sollen die ganzen waren herkommen und dann so den fruchtsächer verbunden da oben dann hätte ich mir ist noch eine andere idee gekommen es wäre vielleicht besser ein feld und bei der mehlproduktion zu nehmen das direkt nur gas darauf kommt oder was halt die mehlproduktion braucht aber meine erst mal die fahrwege nicht habe ja und wir da unten gleich noch ein kleines silo bauen und die 158 zum beispiel genau weil muss ja jedes mal von der oben runterfahren das ist auch zeit und sprit und der umwelt so liebe weißt du bin ich ja nicht so co2 und und stickoxide ja ja dann sagt okay kommt wir nehmen halt was haben wir jetzt gehabt 47 und 48 glaube ich das sind die zwei felder da oben erst mal sagen und dann mal wie es aussieht mit der verteilung oder ob er herkommen hinterher kommen definitiv okay und die 158 an der mehlproduktion dann pachten auch oder wie genau erst mal pachten richtig soll ich das jetzt so aufnehmen schreibt das mal so auf ja also ich muss jetzt sagen ob ja oder ja dann auch schreibt auf dann bei felder da oben was wir besprochen hatten bleibt machen wir trotzdem und die 158 und dann lassen wir die zwei anderen felder wo wir im frühjahr aufnehmen wollten die 50 und 49 war es glaube ich das war es mal sein auf dann trage ich das nämlich direkt ein was war das 158 ne genau für rosa schnauze pacht muss ja da eh nochmal bei dir vorbeikommen mit ludwig zwecks was man alles in pacht haben und was es alle drei jahre kostet dass man die gesamtsumme hat weiß genau da brauchen ist dann auch die frage die bezahlt das ja meistens immer im voraus ne und ihr habt das ja beim letzten mal so bezahlt das ist so angepasst dass das die felder alle gleichzeitig enden scheiße ich habe was vergessen bei meiner ansprache jetzt noch mal kommen wir rufen dich aus nein 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 ist egal ich kann euch jetzt schon mal sagen ich vielleicht mal zum ende des jahres aber wir haben schon die überlegung dass die felder maximal drei jahre gepachtet werden können und dann und dann ein anderes pachten in der theorie ist es so wir überlegen uns um die landwirte zu unterstützen den wir haben ja automatisch habt ihr mit der pacht ein vorkaufsrecht ja und wir überlegen über den kauf der felder einen dicken rabatt zu geben dass ihr danach nicht gezwungen seid wieder die pacht zu nehmen sondern das feld zu kaufen und wenn ich dann doch lieber pachten möchte dann kann ich es nicht weiter pachten sondern pachte denn das feld daneben ist irgendein ist niemand anders das fällt was ich vorher was also wir arbeiten das noch aus wie gesagt die überlegung ist schon da ja das gibt er gibt kein sinn doch der sinn dahinter steht ist dass ihr euch die felder aneignen könnt und zwar denn nicht zu dem preis was sie dann kosten weil die halt wirklich extrem teuer sind sondern das war euch kannst du doch unabhängig davon machen als dass du sagst man kann es maximal drei jahre pachten nimm den teil einfach raus weil das zieht ja jedes mal jedes und man macht doch lieber so dass du sagen wenn man drei jahre gepachtet hat dann kann man folgenden bonus in anspruch nehmen ja aber man kann muss man nicht sagen du darfst ja maximal drei jahre warten ja das klingt also dass es sind es ist ja pass auf es ist so wir arbeiten das gerade alle noch aus ja das ist ja nicht nur das mehr hat mir ist das sowieso ein dorn im auge weil ich auch finde dass die pacht hier viel zu billig ist viel zu billig finde ich es nicht doch und das ist so wie aber wir arbeiten danach dran aber es wird irgendwie sowas in der richtung ist also unser irgendwie ich habe dich gewählt weil ich dachte du bist ein schliegel jung das ist das gefühl du willst uns das geld hier ein bisschen nein 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 du darfst es nicht negativ sehen unser ziel ist es natürlich auch schon dass ihr weniger die felder pachtet sondern mehr dass die ihr euch aneignen könnt und wenn ihr zum beispiel ein feld bekommen könnt statt eine million und bezahlt nachher 750 ist doch ein geiler deal oder findest du nicht aber du hast gerade bei meinem portemonnaie geguckt und keine 750 gefunden ist mir doch vollkommen klar dass ihr jetzt nicht habt die haben wir doch jetzt auch nicht aber auch gleichzeitig die felder billiger machen doch ich sag nichts mehr ich sag nichts mehr ich brauche einfach ganz viel ganz schnell nein 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 du zahlst gar nichts drauf also wenn du mir jetzt erzählst dass du selbst bei einer pachterhöhung draufzahlt das glaube ich gar nicht nie im leben also wenn ihr das nicht wisst das ist ja prima wenn ihr das nicht wisst aber kann ich ja unbemerkt erhöhen carl heinz das wollten wir dann schon toni muss abmoderieren ist es zu ende habe ich gelesen ja dann geht es ja ihr schluckis ihr alle miteinander als das schluckis dann ja schön dass ihr alle hier wart hat mich gefreut dass ihr meine einladung erlige folgt seid und wir wetten hier unsere folge ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen unsere jubel folge mit feuerwerk und ja hier steppt der bär manchmal manchmal nicht auf jeden Fall vielen dank lasst ein Däumchen da guckt da mal Karl Heinz vorbei guckt da beim Kollegen auf Bavaria vorbei da seht ihr mal was da drüben gerade abgeht genau hier steppt der bär vielen Dank fürs zuschauen und wieder ungewollt bei vielen Tore ungewollt mit mir leid liken abonnieren nicht vergessen tschau tschau